Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr mit FreeOffice PlanMaker ein Haushaltsbuch erstellen könnt. Das ist wirklich nicht schwer und ich gehe die Sache auch Schritt für Schritt durch. So ein Haushaltsbuch besteht ja aus einem Titelbereich, einem Bereich für die Einnahmen, die Ausgaben und einem Bereich, wo halt der Rest drin steht, was am Ende des Monats übrig bleibt. Ich vergebe erstmal einen Titel und das mache ich hier in Zelle A1. Ich schreibe hier mal Haushaltsbuch und ein paar Zeilen tiefer in Zelle A3 schreibe ich jetzt Einnahmen. Als Einnahmen könnte man jetzt hier in Zelle B4 zum Beispiel sowas schreiben wie Gehalt, dann Nebenjob und meinetwegen noch Kindergeld. Ihr könnt natürlich noch Geldgeschenke oder sonstiges, ich weiß ja nicht was ihr noch so an Einnahmen habt, aber ihr könnt das im Prinzip jetzt noch hier drunter schreiben. Ein paar Zeilen tiefer werde ich dann etwa ab Position A10, also bei mir jedenfalls, dann die Ausgaben eintragen. Ich schreibe das auch so hin und als Ausgaben gibt es sowas wie Miete, Strom, Heizung, meinetwegen alles was mit dem Auto zu tun hat. Und selbst das könnt ihr ja noch untergliedern, wenn ihr wollt. Und ja, nehmen wir noch Internet dazu. Es gibt natürlich noch sehr wesentlich weitere Sachen, also wenn ich überlege, was ich alles so im Monat kaufe, dann könnten hier noch ein paar Zeilen dazukommen. Das reicht aber erstmal und was wir jetzt natürlich noch brauchen, sind die Monatsangaben und ich mache das jetzt extra nur bis Juni ungefähr. Ihr könnt das ja bis Dezember durchziehen, aber was wir zum Beispiel nur machen müssen, ist zum Beispiel hier nur Januar eintragen und Enter drücken. Und dann hier wieder raufklicken und dann seht ihr hier dieses kleine Quadrat unten an der rechten Ecke, ich sage immer Anfasser dazu, mit der linken Maustaste da raufklicken, gedrückt halten die Maus und dann nach rechts ziehen. Und ihr seht schon an der kleinen Vorschau, wo ihr euch da befindet, jetzt sind wir beim Mai und dann, ich mache das mal bis Juni und lasse die Maus dann wieder los. Ich werde jetzt schon mal ein paar Daten eintragen, ich sage jetzt mal Gehalt, beispielsweise 2000, Nebenjob 200, Kindergeld, ja, meinetwegen 150. Wir können das Ganze jetzt im Prinzip markieren, mit der linke gedrückte Maustaste, einfach den Bereich auswählen hier, also die Maus gedrückt lassen. Mit STRG C kopieren wir das Ganze und wählen dann den Rest des Bereichs aus und mit STRG und V können wir das Ganze wieder einfügen. Es geht natürlich auch noch anders, wenn ihr euch den Bereich hier markiert, könnt ihr natürlich mit der rechten Maustaste reinklicken und dann hier Kopieren wählen und dann halt, wenn ihr das kopiert habt, wieder den Bereich auswählen und mit der rechten Maustaste auf Einfügen gehen. Wer irgendwelche Werte anpassen muss, kann das natürlich machen, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, jetzt am Februar habe ich 210 verdient hier am Nebenjob, meinetwegen hier oben gab es dann 2300. Aber es macht manchmal Sinn, halt wirklich das alles zu kopieren, weil viele Daten wiederholen sich ja und da braucht man halt selber händisch nicht so viel ändern. Wir werden jetzt mal hier unten und zwar hier das Ganze zusammenrechnen. Das geht eigentlich super einfach und ich schreibe jetzt hier einfach mal Gesamt und die Berechnung ist super simpel. Das heißt, wir geben ein Gleichheitszeichen ein, um die Summe halt zusammen zu zählen oder zu summieren und der Befehl dafür heißt ja Summe. Also das Gleichheitszeichen, dann Summe, Klammer auf und dann können wir mit der linken gedrückten Maustaste einfach den Bereich auswählen, den wir summieren wollen. Das heißt, die Koordinaten C4 bis C6 werden eingetragen, also C4 bis C6. Wir schließen die Klammer jetzt noch und drücken Enter. Wir haben eine Summe von 2350, das stimmt. Und wenn ich jetzt hier nochmal doppelt draufklicke, ihr seht, der Bereich wird jetzt nochmal markiert und C4 bis C6, das sind hier relative Bezüge. Und das Gute ist, wenn wir das jetzt nach rechts rüber kopieren, passen sich diese Koordinaten entsprechend der Zellposition an. Schaut euch das Thema nochmal relative und absolute Bezüge an. Das ist ein sehr wichtiges Thema und ja, ich drücke Enter, kann jetzt über den Anfasser, wenn die Zelle hier ausgewählt ist, über den Anfasser das Ganze nach rechts ziehen. Und da sich die Formel im Prinzip der Position anpasst, ihr seht das, welche Bereiche markiert sind, stimmen natürlich die Ergebnisse für jede Spalte hier. Ich werde das Ganze jetzt mal kurz mit Währungssymbole versehen, das heißt, ich markiere mir jetzt einfach mal den Bereich hier. Ich markiere auch extra ein bisschen mehr, ich möchte nachher noch ein paar Sachen zusammenrechnen. Das heißt, ich markiere einfach mal so viel jetzt, also wirklich ein bisschen mehr, gehe hier auf dieses Währungssymbol und ihr seht, automatisch bekommen wir das Euro-Symbol, zwei Nachkommastellen und ein Tausender-Trennpunkt. Bei der Miete machen wir das jetzt ähnlich, ich trage jetzt einfach ein paar Daten ein, meinetwegen 500 Euro Miete, 50 Euro Strom, Heizung 30 Euro, Auto, ja, kommt drauf an, der eine zahlt mehr, der andere weniger. Ich sage jetzt mal 120 Euro, also ich brauche bestimmt nicht so viel, mein Auto steht fast nur vor der Tür. Internet ist jetzt teurer geworden, weil ich brauche eine bessere Verbindung. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier die Werte und auch das können wir natürlich wieder kopieren. Viele Sachen bleiben ja gleich, das heißt, STRG-C, wenn das markiert ist, aber ich mache das jetzt diesmal genau andersrum. Ich markiere den Bereich, rechte Maustaste, gehe dann auf Kopieren, markiere dann die restlichen Zellen und mit STRG-V oder rechte Maustaste und Einfügen werden dann die Daten hier eingefügt. Auch hier will ich wieder die Summe zählen, also oder summieren das Ganze. Das heißt, ich gebe wieder Gesamt ein, rechts daneben, gebe ich ein Gleichheitszeichen ein, gefolgt vom Funktionsname Summe. Wir wollen ja was summieren, Klammer auf. Auch hier der Bereich wieder aufgezogen, hier mit der linken gedrückten Maustaste einfach auswählen. C11 bis C15, das heißt, hier ist ja Spalte C, 11 bis 15 und das getrennt durch einen Doppelpunkt, der einfach nur zeigt, dass es sich um einen Bereich handelt. Klammer zu, Enter gedrückt und schon bekommen wir 740 Euro raus. Auch das hier ist wieder ein relativer Bezug, das heißt, wir können das Ganze über den kleinen Anfasser hier rüberziehen und das wird natürlich automatisch dann entsprechend der Position geändert. Selbst wenn wir hier jetzt wieder was ändern, ich sage jetzt mal Autos, ja da ein bisschen teurer gewesen, weil wir ein bisschen weggefahren sind. Ihr seht, passt sich das hier unten an. Internet, na gut, sowas bleibt immer, aber 40 und meinetwegen hier nochmal 70 Euro. So, und ihr seht, jede Spalte wird das extra berechnet. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter runter, ich mache das erstmal noch ein bisschen kleiner und hier unten werde ich jetzt erstmal den Rest ausrechnen. Das heißt, das ist ja Einnahmen minus Ausgaben und das geht super einfach, ich schreibe aber erstmal hier Rest hin, also Rest, drücke Enter, wähle die Zelle nochmal aus und werde die mal kurz Fett markieren, damit man es gleich erkennt. Und hier müssen wir nur ein Gleichheitszeichen eingeben, klicken dann sozusagen bei den Einnahmen auf die Gesamtsumme von dem jeweiligen Monat, also jetzt hier Januar. Ihr seht, C8 wird eingetragen, dann minus den Ausgaben, hier auch die Gesamtsumme, das heißt Zelle C17. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Enter drücke, dann bekommen wir 1610 raus. Hier ist noch nicht das Währungssymbol mit angegeben, weil die Zelle hatten wir vorhin noch nicht mit markiert, die war noch zu weit unten. Aber ich werde das Ganze jetzt hier mal markieren und hier raufklicken auf das Währungssymbol und dann haben wir auch 1610 Euro raus. Über den Anfasser können wir das Ganze wieder runter kopieren, das war ja auch ein relativer Bezug, einfach hier mit der linken Maustaste gedrückt halten, das Ganze rüberziehen und überall haben wir jetzt sozusagen unsere Restbeträge, was am Ende des Monats sozusagen übrig bleibt. Ob das natürlich so ist, ist natürlich fragwürdig, weil wie gesagt, hier fehlen garantiert noch richtig viele Sachen. Wenn ihr zum Beispiel hier Sachen einfügen wollt, dann kann ich euch den Tipp geben, macht das nicht so, dass ihr hier unten jetzt noch Zellen einfügt, sondern macht das hier drin. Weil dadurch, dass das alles relative Bezüge sind, braucht ihr da auch gar nicht viel anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mittendrin ein paar Zeilen einfüge, ich nehme jetzt einfach mal drei Stück rechte Maustaste, dann Zellen einfügen, dann rutscht das runter. Die Ergebnisse bleiben alle gleich, aber wenn ihr hier was einträgt, also ich sage jetzt mal hier etwas höhere Zahl, dann spiegelt sich das trotzdem komplett in den Ergebnissen wieder. Ich mache das mal ein bisschen breiter, das ist ein bisschen zu viel gewesen und na klar, bei den Ausgaben war das jetzt so viel, aber ihr habt gesehen, es passt sich an. Das heißt, wenn ihr hier mittendrin sozusagen da, wo ihr schon Einträge gehabt habt, könnt ihr im Prinzip Zellen einfügen oder auch löschen. Das Ergebnis hier unten wird davon nicht beeinflusst, also zumindest nicht so, dass da was Falsches bei rauskommt. Ich markiere das nochmal, schmeiße das wieder raus, Zellen löschen und ihr seht, auch hier wird das Ergebnis nicht verfälscht. Wir haben jetzt den Rest ausgerechnet und was wir noch machen können, was auch immer sehr interessant ist, ist, vielleicht will man ja wissen, was hat man denn im ganzen Jahr sozusagen an Gehalt gehabt oder was ist insgesamt beim Nebenjob rausgekommen. Das gleiche mit Miete, Strom und so weiter. Das heißt, auf der rechten Seite können wir das Ganze auch nochmal zusammenrechnen. Ich schreibe jetzt hier nochmal Gesamt, von mir aus im Jahr oder so, mache das ein bisschen breiter hier und auch hier können wir ein Gleichheitszeichen eingeben, gefolgt vom Funktionsname Summe. Wir wollen ja was summieren, Klammer auf und mit der linken gedrückten Maustaste können wir den Bereich jetzt auswählen und ihr seht C4 bis H4, C4 bis H4. Wenn ihr das Ganze bis Dezember gemacht habt, ist das natürlich ein bisschen breiter, also dann stimmt das H4 auch nicht, dann ist das viel weiter rechts und Klammer zu und Enter gedrückt. Ich habe hier 12.300 Euro raus und auch das lässt sich über den Anfasser hier runter kopieren. Ihr seht, ganz einfach, wenn ich hier doppelt draufklicke, dann seht ihr, es gilt für den Bereich, klicke ich hier unten, gilt das für den Bereich. Alles, weil wir hier relative Bezüge nehmen. Wir können das Ganze auch kopieren, das heißt, wenn das jetzt markiert ist, können wir mit STRG-C das Ganze kopieren oder mit rechter Maustaste kopieren. Und überall, wo wir das brauchen, und zwar hier mit STRG-V einfügen oder rechter Maustaste einfügen. Das gleiche auch für den ganzen Bereich hier. Den Bereich markieren, rechte Maustaste einfügen, hier rechte Maustaste einfügen, hier rechte Maustaste einfügen oder halt STRG-V drücken. Ich mache das hier ein bisschen kleiner. Und ihr habt gesehen, so einfach ist die Berechnung von dem Ganzen. Das heißt, wir haben im Prinzip die ganzen Einnahmen hier summiert, das Ganze rübergezogen, die Formel sozusagen hier in die einzelnen Zellen kopiert, was gar kein Problem ist, weil das relative Bezüge waren. Hier unten genau das Gleiche, auch zusammengerechnet, rübergezogen, die Formel, total kein Thema. Das hier berechnet, eben Einnahmen minus Ausgaben, auch kein Thema. Hier das Ganze nochmal mit der Summ-Funktion, gleich Summe für diesen ganzen Bereich. Und hier habt ihr halt jeweils die Ergebnisse. Wir werden das Ganze jetzt noch ein bisschen formatieren, jetzt nicht besonders, also da hat jeder seinen eigenen Geschmack natürlich. Aber was zum Beispiel interessant ist, ist immer, die Überschriften sollten schon fett sein. Und ich mache das, deswegen habe ich gesagt, das nicht immer einzeln zu machen, hier für Januar oder Februar, sondern man kann ganze Bereiche halt markieren und dann geht das insgesamt schneller. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich will die Spalte markieren, mach die fett. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich will die Zeile markieren, mach die ebenfalls fett. Ihr seht, wie schnell das geht. Und ich kann jetzt diese zum Beispiel, hätte ich gleich mitnehmen können, die hätten wir auch fett machen können im Prinzip. Und ihr seht, wie sich das schon auswirkt optisch. Und das gleiche halt für die Zeile. Hier für die Einnahmen, Gesamteinnahmen, zack, können wir auch fett machen. Das können wir fett machen. Ihr müsst nur aufpassen, manchmal ist das so, wenn die erste Zelle schon fett war und der Rest halt nicht, dann kann es sein, dass ihr zweimal draufdrücken müsst. So, das wird halt alles fett hier. Das sieht alles ganz gut aus. Und wenn ihr das zum Beispiel über den ganzen Bereich hier zentrieren wollt, die Überschrift und auch ein bisschen größer haben wollt, dann markiert einfach diese Zellen hier. Meinetwegen bis hier hinten mit der rechten Maustaste halt Zellen verbinden. Hier ist das. Und dann ist eine große Zelle entstanden. Das heißt, die ganzen Kleinen sind weg. Wir haben nur eine riesige Zelle. Und hier können wir zum Beispiel das Ganze zentrieren. Das heißt, wir packen das jetzt in die Mitte und können die Schriftdaten ein bisschen größer machen. Ich mache jetzt mal 18 da draus. Und dann sieht das Ganze schon viel vernünftiger aus. Der Bereich hier, und zwar das hier, können wir im Prinzip, ja, vielleicht ein bisschen ändern vom Hintergrund her. Ich klicke hier einfach mal rauf und nehme hier in etwa ganz dezent ein Grau. Das Gleiche mache ich für die Ausgaben. Können wir da gleich direkt draufklicken. Der letzte Wert wird sozusagen übernommen. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr das für den Rest im Prinzip auch machen. Da müsst ihr ja wissen, oder selber überlegen, wie ihr das am besten macht. Optisch ist natürlich immer so eine, ja, Spielerei, was einem gefällt und was man so machen kann. Ihr seht ja, ich klicke einfach nur auf den Bereich und mache da meinetwegen noch eine farbliche Änderung. Das könnte zum Beispiel 80 Prozent graus. Ist ein bisschen heller genau. Das sieht dann auch gar nicht so schlecht aus. Und dann machen wir das hier genauso. Und so sieht das momentan aus. Ich finde das gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ist natürlich ein einfaches Haushaltsbuch. Aber ihr habt gesehen, ihr könnt das natürlich individuell anpassen und noch wesentlich vergrößern. Und ja, vielleicht hat das den einen oder anderen ja geholfen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials dann wieder sehe. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020